Hey, hey, hey! Willkommen zu einem neuen Let's Pro-Mit-Bewertungs-Video der Entertainment Brothers. Heute sind dran The Gamer Mysterium, von The Gamer Mysterium bis Pro. Sie haben 1 statt 13 Abonnenten und 3.166 Videoaufrufe. Moin, wir sind Flo und Phil. Hallo Flo und Phil! Ihr seid also zu zweit und leitet diesen Kanal. Mit einem sehr schönen Kanaldesign, aber leider hier unten dann ohne Kanaldesign. Also da würde ich auf jeden Fall euch empfehlen, dass er hier noch, dass er das erweitert nach unten hin. Beziehungsweise hier, dass er dann schon mit Schwarz weiterführt und irgendwas super cooles unten drunter macht. Ich will nochmal kurz hier neu laden, dass man sieht, dass ich nicht nach unten gewurschelt habe, weil ich mir gerade selbst nicht sicher war. Genau. Ich denke immer, ich habe hier schon mal drauf gedrückt, aber nein. Ihr habt kein Autoplay, sehr, sehr gut. Das zeigt vor allem sehr schön dann die Thumbnail, die ihr erstellt habt. Also herrlich, herrlich. Genauso muss das sein. Ja, die Beschreibung. Schauen wir hier mal rein. Ihr habt einen Uploadplan, das gibt direkt einen Special Point. Aktuelle Projekte habt ihr hier verzeichnet. Also sehr, sehr nice. Hier eure Namen, also über euch. Perfekt. Spaß am Gaming. Hier war ich in der Woche. Ba, 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 ba. Viel Spaß auf diesem Kanal. Wünscht dir The Gamer Mysterium. Also nice. In der Beschreibung kann man eigentlich nichts sagen. Das ist richtig gut. Das Design, wie gesagt, noch ein bisschen hier unten erweitern, damit man auch hier unten die Schönheit eures Kanals sieht. Vor allem, wenn man hier, es fällt stark auf, wenn man hier halt ein sehr dunkles Bild hat und irgendwas guckt. Und dann scrollt man runter und wird einfach zu Tode geblendet, weil es so weiß ist hier an den Seiten. Also werde ich auf jeden Fall noch etwas nach unten ziehen. Es gibt trotzdem neun Punkte auf Kanal Design, weil das hier schon sehr gut aussieht und noch die Beschreibung wirklich ausführlich ist. Also tippelt die top. Gehen wir dann über zum Video. Ich habe jetzt einfach das Video gewählt, weil es das letzte war, das ihr hochgeladen habt. Das hochgeladen wurde. Ich weiß nicht genau, wer das jetzt gerade von euch beiden spricht. Aber ja. Ihr rendert auf 720p. Das gibt acht Punkte. Das ist auch keine verpixelte Matschekacke dabei oder sowas. Nur halt die dunklen Bereiche, aber das ist wie gesagt YouTube-Kacke. Von daher kann man euch das nicht in die Schuhe schieben. Acht Punkte aufs Video. Jetzt legen wir mal los und hören wir mal rein, um zu schauen, wie die Audi-Qualität ist und wie du kommentierst. Los geht's. Gessen mal die Portale. Was sind die jetzt? Ein Knopf. Oh, da hinten fällt was runter. Jo, das war doch mal richtig löslich gemacht. Wo ist denn das da? Da, 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 da. Da, 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 da. Da. Oh. Ich hab mir schon gedacht, dass das irgendwas ist. So was ist. So, die Audioqualität ist eigentlich ganz gut, also das Spiel hört man sehr gut, dich hört man auch gut, aber ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, ein neues Mikrofon zu dir zu holen, beziehungsweise einfach ein hochwertigeres Mikrofon, weil man hört halt stark raus, dass es nicht so hochwertig ist, also man hört auch raus, dass du keinen Plop-Schutz oder Pop-Schutz hast, oder wie man das auch immer nennt, also ich würde mir auf jeden Fall, wenn ich du, beziehungsweise ihr wäre, ein, ein besseres Mikrofon zulegen, so Großmembran-Mikrofon oder sowas, die gibt es ja schon für, für recht, für recht wenig Geld, sage ich mal, also im Vergleich zumindest, also es gibt ja wirklich gute Qualität für wenig Geld, na, jetzt fliegt hier mein scheiß Stift weg, also das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, Audio gibt sieben Punkte, wie gesagt, ein Großmembran-Mikrofon oder sowas hilft da auf jeden Fall aus, generell gut für Let's Plays, auch für, auch für Gesang kann man es eigentlich noch gut, sehr gut nehmen, das mache ich auch ab und zu, also das läuft auf jeden Fall, Großmembraner, wir haben das T-Bone SC450, glaube ich, USB-E gedönst und mir ist das Stift schon wieder weggeflogen, egal, sieben Punkte auf Audio, neues Mikrofon auf jeden Fall, würde ich vorschlagen, Comment, kommentieren, kommentieren ist auf jeden Fall sehr lebhaft und so weiter und so fort, 8 Punkte, ich würde noch ein bisschen, noch ein bisschen, äh, ja doch, dann mehr erzählen und, äh, auch vielleicht dann doch mehr aufs Spiel oder auf ein Thema eingehen, mir passiert das nämlich auch sehr oft, dass ich irgendwas spiele, dann fange ich an zu singen oder sowas, ist euch bestimmt schon aufgefallen, so, blablabla, ist eigentlich auch ganz lustig, aber man darf es nicht zu oft machen, ich mache es auf jeden Fall zu oft, ich muss mir das abgewöhnen und ich kann es auch nur jedem raten, dass man sich das nicht angewöhnt, die ganze Zeit rumzusingen und, äh, wenn man, wenn man einfach gerade nicht weiter weiß und nicht über, nichts über das Spiel erzählen kann, sage ich ja jedes Mal, sage ich ja jedem, am besten einfach, äh, über ein Thema sprechen, das ihr euch davor parat gelegt habt, für Notfälle, für Notsituationen, wenn ihr nicht mehr weiter wisst, einfach irgendein Thema zum Beispiel, ach übrigens, wie findet ihr eigentlich scheiße, so zum Beispiel, einfach, um, äh, was zu haben, wo man dann reinhauen kann und dann, ba-bam, acht Punkte auf Comment, nice, 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 ein Punkt, einen Spezialpunkt gibt es auf den Uploadplan hier, das ist ein Spezial, ein Spezialpunkt, also Uploadpläne kann ich immer nur empfehlen, ich weiß gar nicht, warum wir noch keinen haben, wir kleinen Knalldödel, wir laden so viel Scheiß, so ruhig, ob der mein Uploadplan echt nicht schlecht, egal, Uploadplan, ein Spezialpunkt, schauen wir noch in eure Playlists rein, hier, Playlists, Minecraft Trouble in Mineville, ich habe das schon bei vielen Leuten gesehen, habe aber noch nie richtig gerafft, was das ist, man spielt da irgendwie auf einem großen Server statt Dingens Kirchens oder wie, ich weiß nicht, irgendwas, äh, cooles auf jeden Fall, geht da vor sich und wir sind auch nicht dabei, da müssen wir echt auch mal reinschauen, Battlefield, ähm, Minecraft Survival, zu Gast bei anderen YouTubern und so weiter und so fort, Limbo, also, man kann sich hier wirklich viel Zeit vertreiben, nice, 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 weiter so, immer, immer schön weiter die Videos auf YouTube hoch, hochladen, dass man wirklich auch erkannt wird, das ist immer der, der Vorteil, wenn man viel, viel und sehr schnell hochlädt, vor allem, wenn man zu mehreren ist, so wie ihr, wir haben ja auch den Vorteil, dass wir zu zweit sind, wir machen ja unsere, unsere normalen Videos, also, anfangs haben wir den Vorteil nicht genutzt, denn wir haben immer nur zusammen aufgenommen und haben immer nur halt zusammen die Videos gemacht, aber mittlerweile macht Wallin ja auch ein bisschen deszent und ich habe, mache noch das Mafia und ab und zu auch Xbox oder so und wenn Wallin kommt, zocken wir auch zusammen mal Xbox, es geht einfach darum, wenn man viel hochlädt, also, sprich, je mehr Content man auf YouTube hat, desto eher wird da halt auch geguckt, ne? So, äh, Gesamtpunktzahl 33 Punkte, nice, 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 ihr wisst, was ihr verbessern könnt, äh, ähm, ja, genau, was mich ein bisschen verdutzt hat, 113 Abonnenten, Abonnenten, aber dann doch im Vergleich eine sehr geringe Videoaufrufanzahl, also, zumindest im Vergleich zu vielen anderen, wie zum Beispiel auch zu uns, also, ich glaube, wir hatten, ähm, bei uns hat es halt auch ewig gedauert, bis wir, äh, Abonnenten bekommen haben, aber ich glaube, man bräuchte schon, ihr bräuchte auf jeden Fall mehr, mehr Aufrufe, das ist jetzt natürlich, äh, blöd gesagt, wenn ich es einfach so sage, aber nicht, dass ihr irgendwann die Glaubwürdigkeit verliert, dass ihr vielleicht, äh, Sub for Sub macht oder sowas, dass man euch das nachsagt, weil wenn man sehr viele Abonnenten hat und kaum Klicks, speziell ist halt in dieser Gesamtding und dann noch geschaut mit der Zeit, wobei, die habt ihr ja nicht eingeblendet, aber bei 113 Abonnenten sollte man schon mindestens, ich glaube, also mindestens 10.000 Klicks haben, aber, ähm, ja, manchmal, manchmal ist es halt auch einfach nicht so, ne, manchmal hat man die ganzen Kumpels, die abonnieren einen und das ist ja auch nicht schlecht, das ist ja auch nicht schlimm, äh, macht weiter so, äh, äh, ja, genau, macht weiter so, wir wünschen euch noch viele Abonnenten, viele Videoaufrufe, generell noch viel Spaß und Erfolg auf YouTube weiterhin, macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.